Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und neben mir ist der gehäutete Benni. Wir spielen heute für euch Skilled Alive und let's play the game. It was a rainy day. Ah. Das ist so ein bisschen pixel-like. Sag mal, wenn die Grafik so nicht herjibt, macht man einfach ein Pixelfilter drauf. Aber ist ja ganz geil, ich find's ja immer charmant. Aber wir haben ja schon eine dreidimensionale Kameraführung hier. Ja, guck mal, hier werden wir angehalten. Ah, was hat der in DeLorean? Someone had blocked the road. Someone to see, what they want. Okay, klar, jemand steht auf der Straße, hat die blockiert und wir wollen mal kurz gucken, was der will. Hallo! Ja, du kannst mal voll verfahren, ja. Hey, 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 hey. Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, bevor ich aufwachte, that place was being in the sky. Okay, dass er in seinem Auto war. Okay, wir wurden gekidnappt? Schreiben wir. Der Pentagramm, was war das? Der Sitzmatte? Pentagramm? Wo bin ich? Ach, ich muss einen Weg hier rausfinden. Okay. Control, crouch und stand up. Alles klar. If you want to have a closer look. F, F versuchen, das aber auch. Okay. Ich sind Augen? If you see this hand, Left Mouth Interact. Okay, alles klar. Kann ich hiermit interagten? Mit diesen Augen? Sieht anscheinend nicht so aus. Sehr ekelhaft, Alter. Drückt, würde er einen raus? Hallo? Wann gibt's hier Essen? Wirst du mal groß? Eieieiei, das war gerade sehr laut. Ja? Eieiei. So, wir sind anscheinend hier nicht der Einzige. Und wir haben... Eine Flashlight. Eine Flashlight. Everyone needs some light in their life. Da hat er recht. So, wie aktiviert... Mit E. Klar. Mit E. Macht man halt mit E immer an. So, kann ich springen? Sie nehmen an jemand? Hallo? Nachbar? Ne. Oh, hier war mal. Oh. Ohne Werkzeug. Einfach so. Okay. Zack. Na, dann brauchen wir mal rein. Lüftungsschacht. Wisst ihr? Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na, na. Wich game, Benny? Ist kein Metal Gear Solid. Doch. Genau. Genau das war das. Ich meine jetzt aber, dass das game ist hier kein Metal Gear Solid. Doch, jedes Mal, wenn wir in ein Lüftungsschacht grauhen, wird es automatisch zu einem Metal Gear Solid. Ist einfach flashbackmäßig so bei mir verまた. Ja, da wird einfach nur jemand kurz hingeschaut. nimm dir ruhig die Leiche da vorne mit. Hallo. Okay, in case you need it. Shift Sprint. Okay, für den Fall, dass du es brauchst, drücke Sprint, um zu springen. So jetzt, äh, zu springen, zu rennen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Zelle. Nein. Kann ich nicht öffnen. So, wir haben auch eine Ausdaueranzeige, die sich nur wieder füllt, sobald wir stehen. Das wird doch denn spaßig, wenn Stevie wegrennen muss. Ich bin zu fett, um wegzurennen. Kämpfe. Selbst mal nischt, Alter. So, okay, hier kommen wir nicht durch. Ist da was? Nee. Oh! Alter, wieso hat mich das denn jetzt so gekriegt gerade? Hast du dich auch erschrocken, Benni? Nee. Also, bei mir ging es. Ach, du bist doch innerlich tot. Drück mal E. Oh, da, äh, ne? Und, äh, ja. Okay. Kein Schuh, kein Kopf. Kein Schuh. Der Schuh ist ja als erstes auf den Fall, dass der fehlt. Ja. Aber erst mal ne fette Bibel hier am Start. Oh, was haben wir hier? Ein Gamepad haben wir hier drin? Klang wie ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob er ein Schlüssel war. Klang so. Alter. Ach, ist aber eine schöne Vitrine. Schön. Okay. Ach, ja, Alter. Mir fehlen noch zwei Beene und ein Fuß und dann heigt die Sammlung vollständig. Schön. Schön. Ach, du Scheiße, ey. Na ja, das Spiel heißt Skinned Alive. Dann wisst ihr ja, was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann. Es ist aber auch ne schöne Inneneinrichtung hier. Und hier ist Blood on the Floor und ein wunderschöner Silent Hill-Rollstuhl kann man bringen. Okay. WD-40 bringt's, man. Der sieht auch nicht so gut aus. Der wurde auch schon verarbeitet. Also ich kenne mal davon aus, wir müssen jetzt hier rausfinden, oder? Ja, ich würde auch sagen. Wahrscheinlich ist das ne Art Labyrinth oder so? Okay. Jetzt lockt. Das können wir nicht mit unserem Schüssel öffnen. Das schon. Das scheint recht groß zu sein. Geh mal erstmal hier lang. Ah. Leute, lass mich jetzt hier nicht irgendwas verfolgen. Du verfolgst quasi deine eigene Spur, weil du jetzt in so einer Schleife gelandet bist. Okay. Ich sag, jetzt ist Penny mir jetzt nicht wohl. Sind wir jetzt im Gefängnis? Also im Kerker kann es ja nicht sein. Also muss ja eine Art, weiß ich nicht. Wir sind im Basement vom Basement. Das sind die Gründe, warum Leute Keller unter ihren Kellern haben. Genau. Genau wegen so einer Scheiße hier irgendwie. Okay. Okay. Oh, echt jetzt? Finden wir hier irgendwas? Ihh, Klo. Seht das erstmal. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Ich lege denn hier so ein Bett ins Klo? Warum nicht lachen, wenn du nicht mehr rauskommst? Wenn jetzt dran stehen würde, lockt. Ja. Ich würde denn nicht lachen. Ich würde mich fürchten. So. Überall sind hier irgendwelche Körperteile. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Erschlagen von Kisten. Alles von Amazon-Paketen. Er hat zu viel auf einmal bestellt. So. Was? Oh, Mann. Ich dachte, hier steht einer. Ach so. Was? Das Bett hat sich gerade bewegt. Okay. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Irgendwie. Wie kann denn das ändern, dass mich jetzt hier so ein Spiel kriegt? Irgendwie. Das sieht aus wie... Finster... Finsterste Playstation 1 Grafiker. Geh doch mal gucken. Kommt da jetzt was? Passiert da jetzt was? Wo kommt denn das Radio her? Ja. Ja. Ja, Benni ist absolut wirklich abgestumpft. Mich macht das gerade aufhärtig. Ja? Wie gesagt, Benni ist innerlich tot. Ist innerlich tot, der Mann. Das stimmt doch gar nicht. Was ist das? Hat das einen Schuss? Das ist ein... Was? Sehr großer Schuss, ne? Was? Mach doch mal nicht eh an! Soon, you will be free. Take off. Run. Oh nein. I will. Was ist los? Take off. Take off your skin. Oh ja, leg deine Haut ab. Na sicherlich, leg meine Haut ab. Alter, welche Tür ist denn jetzt bitte? Oh, bitte nicht. Run. Run, he is watching. Oh. Dann hätten wir mal die Beine in die Hand. Na, wie? Wo denn? Wie denn? Was ist los? Der darf noch nicht. Werde, zurück. Liegen. Oh Gott. Oh Gott, was? Oh. So, jetzt links. Genau, da rein. Und ab geht's nach oben. Ja, 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 bitte, 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 bitte. Oh Gott, okay. War nicht allzu... Ah! Was machst du denn nochmal in die Decke gucken? Ich hö... Ich seh mich panisch um. Oh, jetzt geht's weiter runter. Guck mal. Nein. Jetzt hast du wieder den Treppensimulator. Nein. Da sag ich nur Plopp. Irgendwann macht mir mal ein T-Shirt, wo nur Plopp drauf steht. Mal, ich wie so drauf stehe. Mach es doch bitte auf. Bitte, bitte. Hast du vorhin gehört, dass da eine Kettensäge angemissen wurde, Benni? Ja. Ja, nur falls du dich gefragt haben solltest, wie er die Körperteile entfernt hat. Es war anscheinend eine Kettensäge. Und sie ist jetzt an. Ja, jetzt höre ich sie gerade nicht mehr. Warum? Wo geht's denn lang? Oh, ist er aufgehört. Oh Gott, hat sofort aufhöhört. So, lieber Chatton, wie ich hier so vor mich hin sterbe, könnt ihr bitte schon mal überlegen, was Benni für ein brutales, übelst, krasses Spiel als nächstes Mal irgendwann spielen muss. Der sitzt mir zu entspannt da drüben und sagt so. Das sind einfach die Schmerz-Komletten, die ich aktuell nehme. Mann, wie? Okay, der war... Ihr müsst euch jetzt antworten. Lasst euch Zeit. Googelt. Googelt. Okay, jetzt ist hier eine Tür offen. So, was haben wir jetzt hier? You will see... Was, was, was? He is watching. You will see. I'll be watching you. Oh, can't you see? Ah. Jetzt weißt du, dass er dich beobachtet, oder? So, oder? Und dachte, hallo. Tschüch. Ist so ein Billard-Effekt, aber er kriegt mich. Er kriegt mich. Ich bin immer noch dafür, dass Benni Darktool spielt. Ach so, ne, ist klar, Mutti. Ein Kreuz. Ich nehme mir dieses Kreuz. Jetzt... Ich... Kurz ne Kettensägel. Alter, warum ist denn jetzt hier jede beschissene Tür zu? Und warum ändert sich denn ständig hier die Optik? Ich will schon ja nicht mehr, wo ich war. Ja, zum Beispiel sind wir es von Leers of here... Okay, das gab grad... Für mich zum Glück einen großen Leck. I don't know. Oh, das wartet doch ja nicht. Das wartet doch ja nicht. Oh Gott. Oh Gott. Geht euch das mal an. Seht ihr das? Putenpelle Deluxe. Aber wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Ey, das Spiel nimmt mich hier auseinander, Benni. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wird schön. Okay. Ist doch fies, Alter. Ich bin eh schon so ein Orientierungsspasti, ey. Ich geht immer noch... Mach zu, das Ding. Kommt der jetzt hier? Ah! Ah! Ist da! Ist da, Benni! Ist da! Der kann nicht mehr, der kann keine Ausdauer mehr. Ich bin der Wohls, der kann nicht mehr, der ist nicht mehr! Ah! Ah! Lass mich! Skinned alive. Dein Korps muss nie gefunden werden, und dein Herz wird immer in diesem Asylum bleiben. Okay. Gut. Gut. Hallo. Gut. 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 Vielen Dank.